das ist kein zelt das sind alles ja ja aber ich krieg schon krampf wir sind so doof wir sind halt wirklich direkt dran vorbeigegangen hallo verkaufen wie viel geld kriegen wir jetzt kommen wie viel geld kriegen wir 393 für die eine truhe ist muss die zweite müsste es glaube auch noch anzeigen oder jetzt kommt der zweite glaube ich voll gut wir sind wir sind reich einfach gleich alles versaufen hat er noch hat er noch was angebote gold sammler ansehen erholt level 3 müsste um die 200 g sein jetzt sind wir jedenfalls bei 519 ich kaufe mal hier einfach alle missionen von dem oder die sind kostenlos dann können wir die über abarbeiten ein bisschen kohle machen finde ich mega berühmtheit erhöht hallo da hat er noch was gibt mir gibt mir das andere auch noch belohnungen erhalten fortschritt sie fahrt noch mal öffnen weiß ich nicht mit ellis licht ist es vielleicht da einfach mit drin ich weiß nicht wenn du es raus findest sagt bescheid voll gut können wir davon schon geile sachen kaufen ich frage für einen freund ich gucke einfach mal ich schau mal bei tom ja moin okay wir können uns glaube ich noch nichts kaufen ich könnte mir einen neuen krug holen fühle ich noch nicht so okay ich glaube deine truhe doch bisschen mehr gebracht weil wir sind jetzt bei 1500 du kannst nur kosten bitte kaufen ja kommen dann kann unser geld sparen dann hoffentlich ausgeben dann würde ich sagen wir gehen erst mal was trinken das haben wir uns verdient ich habe ich habe wirklich ich habe wirklich durst ich habe richtig tut ich mein kosmetik ist ja jetzt zur fahrungszeit an egal macht so schlechter ja aber es bringt uns halt gerade nichts nur da können wir auch erst mal noch ein bisschen sparen ich habe mir einfach mal wasser ins gesicht gekippt okay tut mir leid ich möchte einfach nur aufhören waffen sind alle gleich stark was ja blöd warum gibt es denn überhaupt unterschiedliche waffen hallo tina ich habe immer noch durst spart auf die verbesserte schaufel okay ich glaube das kostet gar nicht alter ich kann einfach überhaupt nicht mehr laufen das ist so schlimm ich glaube ich muss man die frische luft alter ich komme nicht mal mehr rein das ist kein bier das ist das ist glaube ich krock also eigentlich eher richtung rum jetzt hat er mich schon wieder angekotzt das ist voll eklig hör doch auf damit ich weiß gar nicht ob es überhaupt verbesserte schaufeln gibt wie gesagt wir spielen heute zum ersten mal und ich glaube aber nicht zum letzten mal oder ich kann mir schon vorstellen dass wir sowas hier öfter machen ich muss aufs schiff ich habe bock weiterzufahren jetzt okay kannst du bitte aufhören mich anzukotzen wirklich du kotzt mich an ich habe schon gekotzt ich habe mich glaube ich auch schon ausgekotzt ich bin auch schon wieder ich bin auch schon wieder fast nüchtern ich finde das wirklich gut sieht man eigentlich unseren anker er ist gar kein anker und ich muss sagen das war wirklich knapp wir waren hier wir sind hier fast aufgefahren ich weiß nicht ob du das so knapp geplant hast soll ich also ich kann ich glaube ich von hier aus mit der pude nicht zurückholen wenn du bloß auf den holz steht kommt kann ich dich zurückholen ja ein bisschen noch nach von dir aus links bleibt da genau ich warte ich hole dich aus dem wasser geht so andere richtung weiter ich finde das voll gut ach nein was ich glaube dass wir eigentlich auch fässer haben ja hier wir können hier grog auffüllen direkt neben dem kerker das ist so gut das ist einfach so gut dieses spiel ich fühle es so sehr richtig gut richtig gut richtig gut das sind das sind das sind okay soll ich schon mal nach einer soll ich mal wieder was fest ich weiß schon so mission sie fahrten von armseligen shipwrecks fling erbeutete schatz kiste vom armseligen bako betz gehorteten notgroschen vom armseligen pinch l et finch geklautes bündel was willst machen ist alles ja ist alles armselig ich nehme jetzt einfach das hier so ich habe dafür abgestimmt jetzt musst du nur noch und dann brauchen wir eine karte so missionen du musst noch dafür abstimmen hier unten los alter meine ohren was hier drüben an dem tisch hier genau so dann kriege ich jetzt denke ich die karte willst du mich flachsen das ist schon wieder genau dieselbe das ist exakt derselbe ort aber ist voll cool das ist nicht weit das ist ja eigentlich ein bisschen traurig aber von mir aus ich mach grad ich mach grad ne traurige musik traurige musik traurige musik so traurig finde ich die gar nicht ich brauche manchmal von der sprachfehler merken Sie das wir müssen von hier aus exakt nach norden das ist doch mal eine ansage mit der ich wirklich exakt nach norden ich mach das segel hier erstmal ein bisschen hoch dass wir nur drehen und nicht gleich losfahren aber wir haben gut eingepackt ja und auf dein kommando wird der anker gelichtet du kannst lichten ich bin dann lichte ich mal dann lichte ich mal und ich mach mal die webcam aus dann kann ich nebenbei mal eine rauchen heute zu faschen kann man das schon mal so machen ich brauche mal Zeit zu machen und lange raucherpause machen was jetzt schon ja wie geil das sind grad mal anderthalb stunden den Schatz holen wir uns auf jeden Fall noch naja es war ja nur so ok ich sage dir bescheid ich eile jetzt nur noch geradeaus ja exakt nach norden perfekt dann holen wir uns den Schatz einfach nochmal scheiß drauf und wir müssen ja auch gar nicht so nah ran es reicht ja wenn einer rüber geht den ausgräbt und der andere holt ihn mit der Harpune zurück genau genau oh hier sind im Koffer wenn ich jetzt geradeaus was soll ich mal wollen wir nochmal kurz angesetzen dass du die Koffer mal untersuchst oder geht das warte ich versuche die von hier aus zu holen ist gar nicht so einfach ok ein Fass zweites und drittes ich habe alle Fässer alter das war cool glaube ich aber ich ich sehe die halt nirgendwo oh Bretter schau mal hinter mir jetzt nicht dass man die hier hinterher schwimmen die da rum oder sind die vielleicht einfach hier unten ich habe auf jeden Fall ein paar Bretter gefunden das ist sehr gut ich kann glaube ich keine Bretter mehr ach doch 24 Bretter ich mache hier mal das Fass leer schau du lieber dass wir nirgendwo auflaufen ja ja alles gut ich bin schuld am Steuer sehr gut ich bin mir nicht ganz sicher ob wir da durch die zwei Steine erfüllen durch die Steinchen durchkommen ach das kriegen wir schon hin ganz schön alter warum sagst du nicht dass wir befeuert werden schau 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 ich ich muss Löcher füllen das ist doch voll scheiße ich will ich will in Ruhe spielen wow 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 ey das ist doch asozial jetzt ey weißt du da habe ich hier extra die weiße Flagge gehisst oh hier ist noch ein Loch das ist doch ein scheißes Loch ok ich brauche ich brauche schnell den Eimer ach scheiße ich kann ja gar nicht nach ich habe keine Kanonkugeln ich habe eine Idee Domi ich habe ich habe ja ja ich kann von da aus nicht ja dann wir werden gleich untergehen ich dachte wir können ein bisschen friedlich spielen das wäre viel schöner gewesen das wäre ja richtig ich habe ich habe kein Holz einstecken das ist nicht so schön eigentlich nicht das Wasser soll muss was alter hier ist halt alles kaputt das ganze Bett ist nass ich bin hier irgendwie auch und ich bin auch fast tot oh oh wir sinken wir sinken gleich ich tue was ich kann das Problem Problem ist das ist nicht besonders viel ah ich bin wieder da hallo und das andere Schiff ist irgendwie weg oder ich sehe es zumindest nicht mehr diese Penner die haben uns einfach nur geärgert wir brauchen eine größere Crew ganz offensichtlich okay wir sind aber sind wir jetzt eigentlich weiter gefahren die ganze Zeit es hat erreicht ja wir haben es genau geschafft okay sehr gut dann können wir uns eigentlich um die Insel kümmern ich muss bloß mal kurz was essen ich röste aber die Kanonen jetzt trotzdem ja ich sollte mir alter du musst halt übelst viel essen um dich komplett hoch zu heilen ich hole mir auch wieder ja du warst ja auch grad tot aber ich war also fast tot so dann hole ich auch Kanonenkugeln Donnerbombe mhm aha oh ich hab es gibt Brandbomben voll gut so dann brauche ich nochmal was zu essen ganz schön ranzig aber das schöne ist wir haben hier noch das Fass das Fass ist hier noch dran nochmal neuen Bretter nimmst du auch nochmal ja zumindest hatten wir gleich mal ein bisschen Action ja hallo wir hatten Action immerhin so das Fass ist leer kann ich das jetzt hier einfach abschlagen ja so wo genau müssen wir denn jetzt gerade hin wir haben uns bestimmt wieder gedreht wahrscheinlich grad aus nein grad aus glaube ich ja ziemlich wir haben uns zwar ein kleines bisschen gedreht aber nicht viel naja ich muss nach links wahrscheinlich ne Richtung Norden wieder ne äh Richtung Osten haben wir uns gedreht um ich weiß dass meine Cam weg ist weil ich grad geraucht habe ich mach die gleich wieder an keine Sorge ja genau ein bisschen nach links da das ganze trotzdem noch auf YouTube kommt und auf ich weiß nicht auf YouTube in den Folgen mag ich das nicht so wenn ich grad rauch wenn man das dann sieht deshalb mach ich dann die Webcam immer aus alles cool also ich mach so weit jo ja geradeaus und bisschen links das Segel ist ist ja soweit gesetzt wir können ja langsam fahren wir in der Zeit achso mach ich lucky ich kann bloß sagen ich find das Game bis jetzt auch wirklich cool so was man so nach einem Stündchen in etwa sagen kann macht auf jeden Fall echt Spaß jetzt hat man auch schon unsere unsere erste Action ein bisschen ne war spannend ja war ich find das voll gut ohne Scheiß ich glaub das machen wir länger ok es geht wieder los und du drehst drehst du in die richtige Richtung ja ja ich dreh verkehrt alles gut ich guck für dich mit Nashi yo bist ja schon da voll geil jetzt wieder geradeaus jetzt passt hey ho hey ho und ne bordell voll rum äh du musst ja genau so weil sonst fahren mal gegen Steine achso ja ich ich weiß nicht ob du das siehst ich hab über Angst ein bisschen wenn wenn ich ja Hilfe brauche ok dann äh das Kanone geladen was zu spät ist ich werd mal achso wenn wir dann angelegt haben entlade ich eine Kanone willst du rüber oder soll ich dann wenn's soweit ist äh geh du rüber ok ja du musst mich halt mit dem äh mit der Harpone wieder zurückholen ich hol dich doch nicht zurück ja ich find das mega gut absolut mächtiges Spiel für die Grafik ist schon der Hammer ne ja aber auf so ne süße Art einfach voll gut so dann dürften wir bald Anker legen diesmal würde ich glaube ich dann komplett nach links einschlagen ja ja dass man mit der Insel wenn es mit der Insel steht genau ich sehe grad nicht du musst Kommando geben wenn Anker ne ja ich glaub jetzt ja fast noch Zeit eigentlich wie sind wir das noch ich hab zu spät eingedenkt ja aber das kriegen wir hin so Kanone achso du müsstest hier einmal die Kanone kugel entladen weil ich hab das Inventar voll wie hier ne äh ja genau Nashi es in Ruhe wir haben keinen Stress alles cool dann würde ich mich hier rüber schießen komm mal rein ich hab sie bloß schon mal ausgerichtet ich wollte ich wollte halt ok ich bin bereit oh hier ist sogar der Captain aber ich denke den kriege ich hin der war ja eh armselig ne oh der hat kurz bisschen Schaden gemacht hör auf die Banane zu essen sehr schön sehr schön auf geht's ich glaub an dich in seinem Bein ja er ist schon ziemlich stark soll ich mich rüber oder? ne ich lauf mal kurz ein Stück weg damit ich mal was essen kann ich sag noch ne aber ok ich ich komm ja aber jetzt kannst du mich nicht zurückholen ich wollte ja nicht zurückschwimmen ey ist das dein Ernst jetzt? ich hab gesagt bleibt drüben alles gut oh ein Huhn du wolltest ja nicht hören oh cool ne bleib hier weil das Fass ist wieder voll tiiiihihi geil jetzt weiß ich ich werd mich öffnen ne ne passt schon bleib 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 ich 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 schieß mich einfach wieder rüber alles cool wie viele das Skelett aufnehmen gassiger Kopfschädel äh Kopfschädel gut ist dann ist dann der Schatz wieder ja ja ich weiß dass wir die die Hühner fangen können ja ja ich hab's gehört oh ich kann nicht kämpfen weil ich warte alles cool ich leg den Kopf nochmal kurz ab das Skelett ist nämlich voll lame können wir ist der Schatz jetzt wieder hier jawoll der Schatz ist auch wieder da voll gut ich muss paar mal hin und her weil wir haben nen Kopf und nen Schatz und wenn das ist ja ja und wenn wir mal in der Pause sind schaue ich dass ich die Alerts von Xbox auskrieg das ist nervig oh ein goldenes Huhn voll schön wird da Platz stehen zu hoch oh das war knapp da kam gerade nämlich ein Skelett aber saugut ich schieß mich gleich weiter rüber und hol den Rest auch noch ey das ist so geil das Spiel ohne Mist vor allem das musst du nicht mehr machen ich kann mich sogar selber abschießen voll gut ach so ok ja jetzt bin ich einmal dran das ist einfach nur saugut komm Skelett komm her ach so ich hätte mein ja ich hätte mein Inventar leer machen sollen die Bretter will ich trotzdem mitnehmen oder? ich kann mich noch ich kann mich noch ich kann mich noch ich kann mich trotzdem noch mal holen naja das werden wir öfter machen äh so Bretter und Kanonenkugeln auf Vorrat nehmen wir mit oder? das ist einfach scheißgeil ohne Mist jetzt kann ich doch langsam jetzt komm ich mit dem Ding auch mal langsam klar das ist einfach so verflucht gut so ich mach mal kurz hier alles leer dann geh ich nochmal rüber so bisschen Proviant für uns dann mach ich wieder voll äh ich hab noch nicht alle Kisten durchgeschaut aber bestimmt ach so ich kann auch mit rüber gehen ja aber damit das schwimmen dauert immer so lange ne alles cool ich finde das schwimmen nämlich eher nervig weil das vor lang dauern würde ok und so kannst du mich halt einfach zurückholen das finde ich schon ganz praktisch so hier drüben die Fässer noch noch mal beinahe alter wir haben so viel essen dann hier drei Kanonenkugeln ok einmal muss ich dann noch rüber also du darfst mich jetzt nochmal zurückholen und dann nochmal aufs Regal der Schädel ist doch schon den Schädel habe ich doch schon hier hingelegt und wo er liegt finde ich liegt er ganz gut achso ne warte so rum Retter ach wie gesagt an die Steuerung müssen wir uns erstmal gewöhnen das ist alles noch neu guck der muss hier der kann hier auf auf der Kiste stehen alles gut ähm so das letzte mal jetzt ich finde das mit der Kanone einfach so geil das macht richtig Laune ja das ist schon cool ich glaube wir werden das eine ganze Zeit spielen habe ich so im Gefühl ja das macht auf jeden Fall mega Bock ja man ok hier ist alles leer wir können dann die nächste Reise antreten irgendwo hier auf der Insel ne so bin bereit bereit? jo ok alter das ist einfach nur praktisch ähm ich schätze mal voll eingeschlagen ist noch ich lichte den Anker ja oder wollen wir erst ach ne warte 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 ich würde sagen wir stimmen erst gleich für das nächste ab oder dass wir das nächste Ziel gleich kriegen ok ja äh so einmal hier Falsche Seefahrten vorschlagen und abstimmen döh 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 so wo müssen oh das sind diesmal sogar 2 Karten oder was ist das hier äh nach Crescent Isle fühlt dich deine Reise. Dort erwarten dich gar kostbare Preise. Crescent Isle. Crescent Isle. Ach, das ist gar nicht so weit von hier. Das kann weg. Das kann weg. Wir müssen hier rüber. Wir müssen nach... Ja, ein bisschen südwestlich. Genau, voll einschlagen. Also so west-südwest in etwa. Ja, saugut. Das heißt, wir müssen da in den zwei großen Felsen auf jeden Fall erst mal vorbei. Die sehe ich gerade nicht. Dann schaue ich mal auf die Schatzkarte gleich. Wie die dann so abgeht. Ich habe es immer komplett aufgemacht. Warte mal, ist das auch wirklich das? Ich habe aber glaube ich für Crescent Isle nicht wirklich eine Schatzkarte. Oder täuscht das? Das ist nicht Crescent Isle. Aber ich habe zwei weitere Schatzkarten zumindest. Oder vielleicht... Vielleicht ist es nur das hier. Müsste eigentlich. Was macht man denn eigentlich mit solchen Schädeln? Die kannst du auch verkaufen. Kriegst du Kohle für. Ja, jetzt mach schon mal. Ich denke, wenn wir auf dieser Insel sind, werden wir einfach... Weil das hier ist so eine Rätselkarte. Warte, ich zeige es Ihnen. Schau mal. Hier. Und ich denke, wenn wir da sind, wird einfach der Rest aufgedeckt. So, dann lichte ich den Anker. Ja. Voll gut. Ich bin so was von ready. Ist das auch schon hoch? Boah, und hier ist warm wie sonst was. Geht aber mal trotzdem Richtung Segel. Falls es doch zu viel ist, weil ich habe es mal voll aufgemacht. Sollte aber eigentlich gehen. Ja, bestimmt. Sehen wir gleich. Also, ich bin... Am Segel, wenn es sein muss. Du bist im Westen, oder? Äh, ja. Das passt, aber ich bin vorbei. Ich bin vorbei. Das ist, glaube ich, die Insel, die jetzt genau vor uns ist, oder? Warte, ich schau. Ja, genau. Das ist so eine kleine Bucht, da kannst du reinfahren. Da ist auch ein Anleger. Ja, ich bin gespannt, was wir da alles finden. Das ist doch schon mal was Größeres. Das ist voll gut, einfach. Ich liebe dieses Spiel jetzt. Das ist schon ein Kaffelfahrer. Boah, das ist einfach so gut. Ich habe kein Seemannslied auf Lager, Sandra. Tut mir leid. Ich bin musikalisch nicht so versiert. Ich kann die Ziehharmonika spielen. Wie kein anderer. Das ist ein Kaffelfahrer. Ich schaue schon richtig cool aus, wenn ich gerade auf dem Stream. Ja, man. Ich finde es grafisch wirklich wunderschön. Das ist ein Kaffelfahrer. Vielen Dank.